Ja, okay. Ist die da runtergefallen? Hilfe! Oh mein Gott, die Brücke stürzt ein. Ich war da drauf. Mein Mofa ist hier unten. Warum ist das kaputt gegangen? Oh mein Gott, warum ist die Brücke eingestürzt? Alter, weißt du wie tief mein scheiß Mofa hier unten ist jetzt? Das ist verloren. Kann man das unter Wasser auseinanderbauen, Shady? Das ist voll. Ja, das kriegen wir schon verteilt auf unseren Mopeds. Das kriegen wir schon hin. Hauptsache unter Wasser kann man das auseinanderbauen, aber ich glaube nicht. Den Rahmen kriegt man auf jeden Fall nicht weg. Oh mein Gott, warum ist die eingestürzt? Ihr könnt nicht ein Gewicht ab von einem scheiß Moped oder was? Das ist da vielleicht aus, Alter. Und ich komme jetzt auch nicht, Shady, die kommt auch nicht mehr zurück. Ja, weil die toll Shady ist da drüben und wir sind hier, ja super. Ja, dann holt mal die Sachen da raus. Ja, ich bin dabei. Was ist hier passiert, Mann? Warum ist die Brücke eingestürzt? Keine Ahnung. Oh, ich fahre da rüber und auf einmal, äh... Hä? Weißt du, was das Lustige ist? Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht? Ich wollte da vorne noch... Ich wollte da vorne noch sagen, stellt euch mal vor, man fährt über die Brücke und das ist ein verficktes Loch einfach so, ne? Dass man das gar nicht sieht und man fährt da vorne rein. Krass, Mann.